Wenn dein Leder schon drückt, dann probiere es mit einem Dehnungsspray. Der macht das Leder dehnbarer. Es geht ganz einfach und schnell und mit so einem Dehnungsspray erzielst du ganz gute Ergebnisse beim Schuh erweiten. So meine Lieben, die Einlagen nimmst du zuerst raus, bevor wir den Schaum aufsprühen und dann sprühst du den Schuh von außen und innen gleichmäßig auf die Stellen auf, die eben geweiht werden müssen. Wie man sieht, entsteht nach dem Auftragen ein feiner Schaum, der aber innerhalb von ein paar Minuten in das Leder einzieht. Die Fußbetten gibst du wieder in den Schuh rein. Jetzt den Schuh sofort anziehen und am besten mit ein paar dicken Socken und lauf den Schuh ein, bis das Spray vollständig eingezogen und getrocknet ist. Durch das sofortige Tragen passt sich das Leder genau an die Form deines Fußes an und bleibt auch nach dem Ausziehen in Position. Bei besonders steigtem Leder kann es passieren, dass eine Behandlung nicht ausreicht, dann wiederhole die Behandlung noch ein zweites und drittes Mal um die Lederschuhe richtig zu weit gehen. Und noch ein Tipp von mir, bei unseren Desamino Herstellerschuhen passt sich das extrem weiche Leder deinen Füßen optimal an. Deshalb gab es uns auch ein blöda für Bedeutenden Gl PEU